Okay, jetzt nehme ich auf, glaube ich. Okay, let's go. We are in game. Okay, um... Ja! Digga, jetzt leck ich voll. Okay, komm, jetzt mal. Okay, ne, ich leck nicht. Such da draußen nicht, denn ich leck. Ich leck pass, hast du denn? Warum leck ich? Unlucky. 4, 3, 2, 1. Runde 1. Nehmen Sie den Ziel. Und let's go. Unser größter Feind liegt in uns selbst, wer auch immer das gesagt hat. Weise Worte. Bis noch Datum? Ja, ich glaube, es leckt nicht mehr. Ist auch schlecht ein bisschen. Wie viel Fp hast du denn? Steh doch um hier. 60. Oh, das ist der erste Kill. Oh mein Gott. Du kannst verkaufen gehen, Tracer. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich kann von hier halt nix machen, gell? Ah, ich kann hier so lang. Holy moly. Oh Gott. Heile. Nachladen. Seid, was unsichtbar ist, wie nur das Ziel ein. Schießt was ich an. So. Oh, fuck me. Irgendwer, der mir helfen kann. Holy shit. 13 HP. Okay. Das überlebe ich hier nicht. Los geht's. Lass uns gemeinsam was reißen. Los geht's. Lass uns gemeinsam was reißen. Los geht's. Lass uns gemeinsam was reißen. Das überlebe ich hier nicht. Fuck, fuck, fuck. Da hat sich das Shielding. Oh, hier ist noch eins. Man hat richtig den Vorteil, wenn man die Drecksheeldinger kennt. Kenn ich aber halt nicht. Oh, oh, da ist Bastion hinter mir. Achtung. Loi, was war das denn? Alter, ich brauch einen massiven Heal. Alter, du spielst Lust, ja. Ich erhiel euch alle, Mann. Komplett, ich erhiel. Boah, Digger. Das war der Gegner. Ich dachte, unser war. Loll. Ich wurde gerade auch komplett auseinander genommen. Komplett, soldier, Mann. Wow. Jetzt will ich aber wissen. Jetzt will ich aber wissen. Oh, lol, bin ich schnell. LOL, ich komm gerade gar nicht damit zurecht. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Stopp speeding me up so damn gut. Ja, Zeit wäre ein bisschen entspannung. Hinter dir! Komm, Leute, rein da! Ja, das ist ja schon wieder ein bisschen. Ja, ne, das ist ein anderer. Vor mir kann sich nur zerschnitten. Ja, das ist ja schon wieder ein bisschen. Arme, Junge. Get rekt, Alter. Boah, Massive Heal. Okay, das geht noch nicht. Ich dachte, er wäre Massive. Aber dann war er doch nicht. Boots, Junge. Weggemördert, Alter. Das ist fett, Alter. Oh, shit, oh, shit. Ja. Okay. We live in. Fuuuck. Au, Milne. Ach. Unlucky. gg leckst du noch ich glaube nicht nein ich bin nicht mehr gib mir den lege hand auf Löwe wo bist du hin hä? ah du bist dauer ok bei mir warst du auf einmal weg Zeit gekriegt ich glaube ich bin gerade hinten ich merke schon wieder wie der Backpaint kommt du musst dir ein sickes Kissen hinter deinen Stuhl legen nicht dieses DxRacer Kissen das mag ich auch nicht einfach ein ganz normales oh fuck oh fuck me die haben mich gesehen den Bastion oh da ist ein Soldat richtig massiv der ist Null bei dir der ist Null bei dir man ich raus hier den Auge weg hab ich hier nicht noch einen Punkt ok ich stell mich jetzt hinter dir ich weiß nicht ich weiß nicht Rothog ist kurz für mich oh lol nice du bist für Gold oh shit man ich krieg zur Zeit ich krieg zur Zeit irgendwie keine gute Position ich mein ich krieg zwar den ein oder anderen Kill aber ja bei mir läuft grad ja ich steh auch ganz gut ich hab 10 Eliminierungen aber ich weiß nicht wie viele ich weiß nicht wie viele oh oh mein Gott der Header war sanig alter aber sowas von sanig nicht sanig ja der Header war mehr als sanig man so cremig wie das Elfmeterschießen gestern Alter das war immer der Griff Dreck Junge man ich hab echt ge... Alter LOL eskalier halt holy shit alter Schwede man das war die Ult meines Lebens das war die Ult dann was hast du denn gemacht ich hab's nicht gesehen es tut mir leid alter Schwede das ist gar nicht wieder Highlight Hünder zu der darf nicht Highlight is oh fuck 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 ok pass auf ich hol jetzt Highlight ALCH was hab ich denn da jetzt nicht getroffen come on Digga man Besschen man was machst du da das hab ich grad hart gefeiert oh come on die ist genau dann gedasht wo ich grad abgedrückt hab oh leil du schießt mich auf man kann nicht auf die Füße schießen ich weiß nicht wenn Roadhog grad ist ein ok irgendwie noch nie gespielt ich hab Roadhog noch nie gespielt keine Ahnung der ist ziemlich stark du kannst halt du kannst halt der kann sich alle 6 Sekunden für die Hälfte seines gesamten Lebens healen und der hat 600 HP alter der kann alle 6 Sekunden um 300 HP sich hoch healen und du kannst den heal nicht abbrechen du kannst den nicht mal durch CC abbrechen oh Tom ich stehe noch richtig ungünstig der Wolf der Wolf kennt seine Leute die Wolf sind krass lol ah die waren halt zu lange in dem Spot naja egal ne es war einfach nur der Roadhog es war halt echt nur der Roadhog egal oh dieses Game of the Play Junge oder der oder oder der 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 leid nach dann läuft davon der der See ya, guys. Ja, tschüss.